Hallo Leute, wir sind hier heute auf der IFA in Halle 25 bei uns auf dem Go Europe Stand und wir zeigen euch heute unter anderem unsere wunderbaren neuen Tresore. Weil bei uns ist das Leben nicht grau und langweilig, sondern wir bringen Farbe in euer Leben. Und mit diesen wunderbaren farbigen Tresoren könnt ihr zu Hause eure Wertsachen schützen. Einmal gibt es die mit dem Fingerprint Schloss, heißt sie liegt einfach den Finger drauf. Und öffnet diese. Oder, wenn man den richtigen Code kennt, geht es hier natürlich auch mit dem PIN. So, natürlich, wenn man mit einem nicht registrierten Finger daran geht oder den falschen Code dreimal hintereinander eingibt, wird ein Alarm ausgelöst. Und wenn jemand versucht, den Tresor wegzutragen auch. Also Leute, kommt vorbei und besorgt euch so einen wunderbaren farbigen Tresor. Halle 25 Stand 403, die Firma Go Europe.